Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5 mit dem Klaas. Hallo zusammen. Und mit dem Hanger Boy. So nächste Runde ich wäre bereit. Ach guck mal von Punktzahl. 2024. So mir geht's grad nicht so gut wegen Zufriedenheit und so. 31 durch die Anzahl von Städten erzeugt. Zu viele Städte. So aber ich werde jetzt den Aufstand da unten mit dem Fallschirmiergang mit dem Panzer niederschlagen hoff ich. Das war mein kleines U-Board. Du gehst mal hier hin. Produktion wählen. Das Problem ist ich kann nichts mehr bauen was internationale Raumstationen. Hmm. Hm. Hm 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 hm. Alter, wieviel Bahnlager ich gerade entdeckt habe. Alter Vater. Warten wir kurz. Wo war denn das? Weiß ich nicht. Nein, nicht Wasser. So. So. Alter. Was war denn das für ein Unfall? Da sind mal Bahnlager, da sind mal Bahnlager, die sind ja am Arsch der Welt. Alter. Sind gerade alle gespawnt oder wie? Ja. Anscheinend. Gut zu wissen. So. Panzer wieder hochheilen. Ich bin fertig. Ich muss meinen Aufstand hier niedermetzeln. Was sagst du? Die Athen einnehmen? Okay. Ich brauche Zufriedenheit. Ich weiß zwar nicht wie ich die bekommen soll. Wie bekomme ich mehr Zufriedenheit? Was sagst du denn im Athen? Ja. Äh. Ich brauche nur noch Minus 1. Ich brauche eine gare Nudel ab. Okay. In drei Gebäuden ist das Gerichtsgebäude fertig und hier der Zoo. Ich hoffe bis dahin läuft es wieder. Ich brauche gerade überall Zoo und so einen Scheiß. Ich bin fertig. So. Wo schickt man denn den hin? Der Griecher hat nur noch zwei Städte. Ne. Hat er nicht. Der hat noch mehr. 1, 2, 3, 4. Äh. Gut. Viel hat er nicht mehr. Ja. Er ist von 1000 noch was Punkten auf... Wer sind dann der drittgrößte von uns? Also du bist der erstgrößte. Ich bin der zweitgrößte. Drittgrößter ist dann der Araber rechts von dir. Okay. Ich frage mich sowieso, soll ich von Russland aus kommen? Also soll ich über hier den Pazifik? Oder wie soll ich es machen? Wie du willst. Okay. Gibt es eigentlich auch Hawaii? Ja. Warte. Hier müsste eigentlich irgendwo Hawaii sein. So. Plus 8 Zufriedenheit. Ja eigentlich. Nice. Plus 8. Was hast du jetzt gebaut? Äh. Ich habe mir einen Grundsatz hinzugefickt bei Sozialpolitiken, dass ich Pro, Burg, Arsenal und so einen Militärscheiß einen zufrieden habe bekommen. Das habe ich schon. Ja. Bei welchen? Bei Ideologie oder bei... Ja irgendwie sowas. Äh. Einheiten, Befehle, so. Ja. Öffentliche Meinung, minus 18. Ja. Ja. Wenn ich meine Ideologie ändere, das ist für ein ziemlich krasses Unterfangen. Ich weiß warum. Hier steht nämlich, warte Ideologie. Ideologie ändern. Die Ideologie zu ändern führt zu zwei Runden Anarchie in all euren Städten, in denen keine Produktion, kein Gold und keine Wissenschaft, keine Kultur, kein Glauben erwirtschaftet wird. Die Zahl der ideologischen Grundsätze wird außerdem von den zwei Grundsätzen, die ihr im Moment, äh, die ihr im Moment in der Ideologie Autokratie habt, auf nur noch null Grundsätze in der Ideologie Freiheit verringert. Ihr erhaltet jedoch 18 Zufriedenheit in der öffentlichen Meinung. Soll ich auf Freiheit gehen? Äh. Weiß nicht. Kannst du das machen? Ich mach's einfach, Yola. So, jetzt herrscht für zwei Runden in meiner Stadt Anarchie. Also, in meinem Land. Was du wieder machst? Ja! Ach ja, rechts oben ist auch noch der Krieg hier. Ich hab's ganz vergessen. Wo? Kannst du nicht kurz machen? Boah, rechts oben. Farsalos. Farsalos. Ach's. Okay, ja. Ihr könnt, was war steht da? Ihr könnt freie Sozialpolitik einführen. Okay, ich brauch... Kapitalismus. Plus 1 lokale Zufriedenheit durch jede Münzanstalt, Bank und Börse. Okay. Ich geh mal auf das. Okay, jetzt hab ich nur noch minus 12. Du machst nichts. Du... Gehst hier hin und brauchst was. Okay. Martin, die geile Sau. Okay. Martin, die geile Sau. Ich glaub, die sind zu weit weg. Okay. Okay. Gestompt hab ich den mit meinem Panzer. So. Du, fertig. Mach mal hin hin. Ähm, ich schick meine... meine Artillerie schick ich mal hier hoch. Wenn ich vorbeikomme. Boop, 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 boop. Okay. Ja, mach mal den Griechen oben platt. Ja, hab ich vor. Athen hab ich jetzt nicht gleich. So, was hab ich hier noch? Hab ich... So. Nächste Runde wird fertig. Alexander, du hast nur 800 Punkte. Boah, warum wohl? Was ist denn da passiert? Immer noch minus 12 Zufriedenheit. Kartago hat Griechenland denunziert. Warte, Kartago. Wo ist denn, wo ist denn die Kartago? Gegner ist in der Nähe, bitte. Wo? Was? Wie? Halleluja. Du hast grad ne Menge bei mir in die Luft gegangen. Okay, warte. Oh, bam, malicius. So, stomp mir die weg. Alter, plus 2 und da sie zufrieden hat. Auf was? Auf alles. What the fuck? Athen. Ja, net schlecht. Nicht schlecht. Weltherrscher wieder auf mich setzen. Ja. Okay, ich setz... ...alle meine 12 Abgeordneten auf mich ein. So. Hab ich schon. So. Du machst nichts. Du machst... Wobei... Werft mir jetzt die Stadt ballern? Jawohl. Da will ich das sehen. Okay. Kann ich hier noch irgendwas hinbauen? Nein. So. Was haben wir hier? Okay. Bucharest. Okay. Kathargo hat Griechenland öffentlich denunziert. In unserem Gebiet wurde ein Gegner gesichtet. Alexander hat die ursprüngliche Hauptstadt verloren. Hangar Boy kontrolliert die meisten ursprünglichen Hauptstädte. Sechs Stück. War das eine Hauptstadt? Ja. Okay. Hier hatte ich innerhalb von 2000 eingenommen. Weltherrscher Hangar Boy. Ja. Wer denn auch sonst? Boop. Ich schieß mal auf Pharsos. Oder wie es heißt. Diese Stadt wird mir gehören. Halalala. Tito ist vorsichtig mit uns. Genauso wie Maria. Die müssen uns nur lieb haben. Dann passiert ihm nichts. Küsst. Leckt unsere Stiefel. Von unten. So. Die sind tot. Dann kann ich jetzt hier reparieren, oder? Wiedersehen. Machen wir mal mit Video. Schon recht. Ich geb ne... Freundschaftserklärung. Ich geb ne... Na, ich brauch was mit ne... Freundschaftserklärung. Ne. Wollen sie alle nicht machen. Wollen wir Freunde sein? Nein! Nein! Die anderen alle. Das ist in Ruhe! Ich hab noch nicht eine Atombombe geschmissen. Ich bin nicht entzückt. Ich baue gerade nämlich schon an einer Atomrakete. Oh, 99 Runden. Wann ist denn jetzt das durch... Keine Wissenschaft kann generiert. Ich mach grad null auf alles. Das heißt... Das ist ziemlich nass. Hard Reset. Nein, eben nicht. Weil ich ja meine Ideologie jetzt geändert hab. Aber ich hoffe, ich bin jetzt mit der Ideologie Freiheit endlich besser dran. Na komm. Komm schon. Nächste Runde. Jetzt soll sie eigentlich fertig sein, oder nicht? Okay. Ohne einen Clangewinner. 20 für Griechenland. Der Ziel ist jetzt hier. Okay. 12 für Persien. 6 für Persien. Wow. 6 für Katargo. 6 für Brasilien. Jeder für sich selbst. Ja. Und der Penner stompen hier grad durch den Gemüsegarten. Das ist eine schwule Einheit. Ich bin schon wieder im Zug, was zu machen. Ein Vorschlag. Weltideologie Freiheit. Peter hat Frieden mit Dino geschlossen. Peter... Okay, dann bombardieren wir wieder Salvador. Boom, boom. Zack, zack. So. Könnt ihr irgendwas bauen? Nein. Wow. Katargo hat Krieg mal denunziert. Hm, hm, hm. Peter 2. hat Frieden geschlossen. Beigesichtet. Bla 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 bla. Hammer da. Lufttransportmodus. Cool. Oh, ich hab was gefunden. Was denn? Ein paar Opfer. Raketenkreuzer. Und was ist das? Ah ja, irgendwas Portugiesisches. Ich brauch mehr Zufriedenheit. Ich weiß nicht, wie ich's hinbekommen soll. Zwei Runden noch. Ich mach grad minus 29 Gold. Hihihi. Pro Runde. Ich bin sehr gut. Vielleicht mach ich irgendwas falsch. Ich weiß aber nicht was. Ich weiß nicht, wie du helfen kannst. Bist du Ideologie Freiheit? Oder? Was hast du denn nur für eine Ideologie? Äh, Elite, Streitkräfte, Futurismus, befestigte Grenzen. Ja, und Nationalismus. Hm. Hm. Okay. Hat's anscheinend nicht so gebracht. Jetzt hab ich minus 19 Zufriedenheit. Hihihi. Ah ja, ich seh's. Du gehst grad zugrunde. Ich weiß auch nicht warum. Okay, ich warte auf dich. Weiter geht's. Hm, wie kann ich auf Zufriedenheit gehen? Nee, ich brauch mehr Zoos. Mehr... Was denn sonst noch? Kann ich hier oben einnehmen? Ja, mach mal einen Platten. Dann fahr ich mit dem Panzer rein. Nee, den kannst du einfach mir lassen. Ich lass den einfach so lange dauern, bis ich ihn einnehmen kann. Nee, halt mal da oben, bitte. Alter, Finne, schau mal daneben meine Städte. Haben sich drei falsche mir geeinhalten. Ja, ja. Süß. Deswegen hab ich hier meine Bomben geschickt. Damit die hier schön bombardieren können. So. Was gibt mir verdammten... Ich hab auch nichts mehr, was ich bauen könnte, was mir Zufriedenheit gibt. Äh... Löffelmühle? Hast du eine Windmühle? Gibt doch keine Zufriedenheit. Nee. Die baue ich grad. Pass mal auf... Auf... Fahres, Salos. Kannst du das machen? Ja, kann ich machen, warte. So, Einheiten bin ich nicht in Bele. Warte. Ja. Willst du sie jetzt einnehmen, oder was? Beho. Oh, ich hab zwei Städte von seinen ganzen. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben, acht. Da werden wir hin. Kleine Nudel. So, ihr macht nichts. Ihr macht nichts. Du hältst dich mal hoch. Hm. Erstmal einen Baugrupp auflösen. Warum? Brauch ich nicht. Ihr habt die Robotertechnik entdeckt. Raketenkreuzer und Raumschifffabrik können wir spawnen. Sehr schön. Okay. Nächste Runde. Wann soll ich denn jetzt meine... Ich schicke jetzt einfach meine... Du kannst von der anderen hat nur oben abziehen. Ja, okay. Ich brauch dich nicht mehr. Sagte er. Naja. Naja, du hast die eine Stadt noch gesnackt. Ja, wow. Und ein bisschen unterstützt. Ja, wenn ich meine Zufriedenheit mal hochgehen würde, brauche ich ein Luxusgut oder was geht ab? Weiß ich nicht. Hm. Hast du da einen Fallout noch? Ah. Den kannst du auch mal wegmachen lassen. Der ist auf den Hügler, komm ich nicht hoch. So. Ich wär fertig. Oh, Spieler. So, warten auf anderen Spieler. Ich geh grad irgendwie... Ich geh grad irgendwie den Doch runter. Ich hoffe jetzt ist es endlich das Gerichtsgebäude und der Zoo fertig, damit ich... Oh, warte mal kurz. Oh, da ist ein Bauernhof. Okay. Hier kommt ein Kornspeicher rein. Weil die Penner Hunger haben. Was kommt hier rein? Die haben auch Hunger. Kommt hier auch ein Kornspeicher rein. Du kannst auch ein Krankenhaus bauen. Bring 5 Nahrung. Ich bin jetzt immerhin von minus 17 auf... Ähm. Hier brauche ich ein Kolosseum, wegen Zufriedenheit. Ich mach mal schnell hier die ganzen Behinderten. Fallschirmjäger weg. Ich mach mal schnell hier die ganzen Behinderten. Ach, ich liebe es wie es hin und her springt. So. Der Bomber hier. Greifst hier an. So. Sehr schön. Jetzt kommen die. Ihr seid full life. Das heißt... Euch schicke ich hier rüber. Ja. Knossos gehört mir. Ich verschiebe alles gegen Süden. Wieso? Achso, ja. Weil ich mir Meiland holen will. Kann ich schön bombardieren. Okay. Der hat mir oben den Bautrupp geklaut, der Penner. Alexander hat nur einen Ring noch, oder? Weiß ich nicht. Ich seh jetzt nur noch eines. Ich wär fertig. Äh, warte kurz. Puh. Immer mach ich kein negatives Gold mehr pro Runde. Mal schauen. 958. Okay. Gut. Ich fang mich grad wieder ein bisschen auf. Weißt du mich das hier? Habe ich das dann Alexander fertig gemacht? Der hat noch 457 Punkte. Der hat nur noch... Äh... Halikarnassos. Alles klar. Gut. Alles erobert. Alles klar. Ich muss erstmal meine Bevölkerung zufrieden stellen. Wie ich das aber anstellen werde, siehst du erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, let's play. Civilization 5 mit dem Klaas. Tschüss zusammen. Tschau.